So, Philipp Dussis, heute ist schon einiges passiert. Siehst du, da ist schon einiges drin. So, jetzt zeige ich dir mal die andere Hörkunde. Hier, Batterien ohne Ende. So, schau mal hier. Das Auto hat ja keinen Landstromanschluss gehabt. Der hat jetzt hier Landstromanschluss gekriegt. FI-Schutzschalter. Das ist alles Vorschrift. Hier haben wir noch mal eine Verteilerdose gesetzt. Und den Stecker haben wir hier drin. Weil wir wissen nicht, wo der Kunde fährt. Die Dose näher absäuft, muss er von hier aus drin laden. So, siehst du, das ist auch schon fertig. Jetzt geht der Wagen erstmal raus. Weil wir sind nächste Woche so voll, da haben wir keine Zeit für das Auto. Wir müssen immer sehen, dafür alles durchzukriegen. Aber jetzt wird es interessant, wenn der rausfährt. So, siehst du, das ist auch schon fertig. So, siehst du, das ist auch schon fertig.